Super, dass du hier angekommen bist und dass du damit ja schon zeigst, hey, ich befasse mich mit dem Thema Vermögensaufbau sparen. Und jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam an, welcher Weg für dich der richtige sein kann. Fangen wir mit dem Problem an. Es gibt viel zu viel Information. Es gibt viel zu viel Auswahl. Es gibt viel zu wenig Transparenz. Das Ganze mischt sich dann erfolgreich mit dem Thema, dir fehlt vielleicht ein Teil Know-how. Du hast gar keine Zeit für das Thema. Du hast auch, was noch häufiger ist, ganz wenig Bock auf das Thema. Und irgendwie weißt du aber so, boah, das schlechte Gewissen drückt, ich muss was machen. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was du machen kannst. Ich gebe dir einen groben Abriss, denn das wirkliche Beraten solltest du immer mit einem Profi machen oder dich dann im Detail informieren. Aber einfach mal, damit du so Richtungsentscheidungen treffen kannst, springen wir doch mal in die Themen ein. Ich fange mal mit meinem Favorite-Thema an, Betriebsrente. Ich mache jetzt hier keinen Ausflug in alle Durchführungswege, keine Sorge. Ich mache einfach mal nur die Hard Facts, was ist spannend, was ist weniger spannend. Absoluter Vorteil, es gibt wenig Produkte, die so gut staatlich gefördert sind. Das heißt, A, der Staat hilft dir dabei, Steuern und Sozialabgaben zu sparen, insbesondere in der Ansparphase. Der Arbeitgeber ist per Gesetz zu einer Mindestförderung verpflichtet und der kluge Arbeitgeber fördert sowieso. Das heißt, wir reden hier über eine Alterssorge, die im extremsten Fall zu großen Teilen oder sogar komplett durch Staat und Arbeitgeber gefördert werden kann. Das ist erstmal kaum zu toppen und da gibt es natürlich auch direkt einen Haken. Der größte Haken ist die Flexibilität. Das heißt, du hast erstmal ein Produkt, das ähnlich funktioniert wie die gesetzliche Rente. Du kannst zwar Beiträge, wenn du selber bezahlst, stoppen und wieder anfangen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich mache mal so, ich mache mal anders. Du musst deinen Arbeitgeber bei Verlassen des Arbeitgebers informieren. Du musst den neuen Arbeitgeber selber oder mit deinem Berater abholen, dass er deinen Vertrag auch fortführt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Dreiecksverhältnis, nämlich Produkt, dich, Arbeitgeber. Das musst du auf dem Schirm haben. Und was du auch hast, auch das ist so ein Stück weit wie bei der gesetzlichen Rente, du hast Abgaben. Es gibt Abgaben für die Krankenversicherung, für die Pflegeversicherung. Ja, da gibt es auch Freibeträge, aber du hast vor allen Dingen auch Steuern. Und deshalb muss man ganz, ganz genau hingucken, Rente, Kapital, Teilrente, Teilkapital. Da bist du bei der Auszahlung wieder relativ flexibel. Aber anders als bei anderen Sparformen hast du hier sicherlich einen höheren Steuerdruck drauf, als du das zum Beispiel bei einem ETF-Sparplan hast. Das heißt, wir merken uns, wenn du eine gute Förderung durch den Arbeitgeber kriegst, wenn du sagst, Steuer- und Sozialabgaben sparen ist für mich ein Riesending, dann BAV super als Sockelversorgung, eigentlich ohne Frage. Kommen wir zum zweiten Thema. Und ich fange da auch gleich mit der Abgrenzung zur BAV an. Investmentsparen. Investmentsparen kannst du auf die verschiedensten Wege. Ich fange mal an mit einem banalen ETF-Sparplan. Du kannst einen Vermögensverwaltenden Fonds besparen. Du kannst ein passiv oder aktiv gemanagtes ETF mit ein bisschen mehr Kosten besparen. Du kannst hingehen, ein Dach-ETF besparen. Du kannst auch eine Fondpolice kaufen. Das heißt, du packst deinen ETF-Sparplan, deinen Fonds-Sparplan, dein Portfolio in den Versicherungsmantel, um gewisse steuerliche Vorzüge und insbesondere Transaktionskostensenkungen dir einzukaufen. Erstmal reden wir von Investment. Für mich ist das alles ein Paket. Und die Frage ist dann so dein Risikoprofil, deine persönliche Art damit zu leben, um zu sagen, hey, lieber direkt ein nacktes ETF oder eine Police oder irgendwas dazwischen. Entscheidend ist, hier hast du natürlich etwas, was wahnsinnig flexibel bei der Einzahlung ist oder auch mal beim Stoppen der Einzahlung. Hier bist du insbesondere, wenn wir in der ETF-Welt sind oder der Fonds-Welt sind, auch bei den Entnahmen relativ flexibel, also deutlich flexibler als bei einem klassischen Versicherungsbruch oder sogar einer BAV. Für mich Vorteil und Haken zugleich. Ich bin großer Freund, in meinen Beratungen zu sagen, hey, nimm Geld aus dem Konsum, an das du so leicht auch nicht rankommst. Dann hast du es nämlich im Alter auch noch. Es kann natürlich Situationen geben, wo du sagst, naja, es ist schon cool, wenn ich drangehe. Und dann muss man sagen, es ist ein Investment von großem Vorteil. Der Haken von Investment, es braucht entweder auch einen Berater oder es braucht Zeit und Know-how oder mal mindestens jede Menge Geduld und starke Nerven, um auch mal Crashes zu verkraften. Und was ein ganz entscheidender Faktor ist, und da mache ich mal die Abgrenzung zur Betriebsrente, wäre eine Betriebsrente oder auch eine Basisrente. Klassische Produkte sind, die Hartz-IV-sicher oder bürgergeldsicher sind. Das heißt, das, was da drin liegt, da geht der Staat nicht dran, auch wenn du mal pleite gehst, wenn du mal arbeitslos bist. Das ist im Investment nur im Rahmen der Freibeträge gegeben. Ansonsten geht der Staat dann irgendwann mal dran und sagt, du hast da genug Geld, du brauchst eigentlich kein Arbeitslosengeld, kein Bürgergeld oder wir verzehren das jetzt erstmal. Das musst du auf dem Schirm haben, insbesondere auch das Privatinsolvenz-Szenario, dann ist es mir aber weg, zumindest in der Höhe, wie du Schulden aufgebaut hast. Das heißt, das musst du auf dem Schirm haben. Für mich schließen sich Weg 1 und 2 auch nicht aus. Ich bin der größte Fan von Betriebsrente und Privatinvestment sparen und hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ich springe mit dir nochmal in das Thema Immobilie, auch das kurz und knapp. Was sind die Vorteile und die Nachteile der Immobilie? Du kennst meinen Ansatz, ich mag Zwang sparen. Das heißt, du kommst nicht gleich ans Geld. Zwang sparen, krasser als Immobilie, gibt es nicht, weil meist hast du ein Darlehen und das Darlehen musst du bedienen. Und das Letzte, was du, selbst wenn das Geld mal knapp wird, nicht mehr tust, ist ein Bankdarlehen nicht bedienen. Das heißt, du hast zwar ein hoch unflexibles Produkt, weil das steht da nun mal und gehört dir und steht im Grundbuch, aber dieses Produkt schafft für dich Rendite, Inflationsschutz. Und was ich ziemlich cool finde, du hast immer Mitbezahler. Wir reden ja meistens von Geldanlagen. Das heißt, wir reden hier von einer Immobilie, die fremd vermietet wird, wo du auch die Absicht hast, sie fremd zu vermieden. Das heißt, du hast je nachdem, was für ein Objekt ist, Denkmal, die neuen Abschreibeformen durch das Wachstumsfördergesetz. Das heißt, du hast ein Produkt, wo du steuerliche Abschreibungen durch den Staat bekommst, Förderabschreibungen zum Beispiel durch eine Denkmal-AFA, aber eben auch eine Miete. Also da zahlt ein Mieter mit. Und dann hilft dir die Inflation noch ein bisschen und dann wird es ein schermattes Produkt. Aber eben größter Nachteil, du kannst es nicht mal eben verflüssigen. Du hast auf jeden Fall Schulden, selbst wenn da ein Wert gegensteht am Bein. Und das muss man auch mögen. Wenn du wirklich vermögende Menschen nimmst, und da können wir jetzt eigentlich den Kreis schließen, dann wirst du feststellen, die haben eigentlich immer ein Portfolio, was diese Dinge alle bedient. Und zwar so, wie es die Kasse und die persönlichen Vorlieben hergeben. Das heißt, Sockel, Betriebsrente oder anderes Lebensversicherungspolizen sparen als Grundlage. Und dann den mutigeren Teil, den dynamischen Teil, ein Investment. Und dann kommt irgendwann nochmal die Immobilie dazu. Wenn du den Mix irgendwann schaffst, ist alles cool. Und dann gibt es vielleicht noch den letzten Step, das Thema Edelmetalle zum Beispiel oder andere Luxusgüter, die sehr wertbeständig sind. Damit kannst du so ein Portfolio ein Stück weit mischen oder für das absolute Krisenszenario vorsorgen. Und dann ist dein Spaß-Szenario eigentlich rund. Was ich heute erreichen wollte, ist dir einmal zu sagen, hey, das gibt's, das ist die grobe Funktion, das ist für mich die Zielgruppe, das sind die Vor- und das sind die Nachteile. Dann geht es darum, bei dir zu schauen, hey, so ticke ich, so ticke ich gerade, so plane ich zu ticken und so mische ich mein Portfolio. Da würde ich dir immer sagen, nimm Profi an die Seite. Wenn du nicht riesig Lust, Zeit und Kompetenz auf dich vereinigst, dann mach es selbst. Und dann bist du auf einem guten Weg. Und in jeder Form von Lifecycle kannst du ja auch immer nochmal eine Produktkategorie nachsatteln. Soweit das Fazit. Von meiner Seite aus, schön, dass du da warst. Und da ich immer ein bisschen Werbung für die Betriebsrente machen muss, schau doch gerne mal das Video. Der Staat schenkt dir 130 Euro. Das finde ich nämlich hochchamant, denn ganz ohne BAV geht es ja bei mir nicht. Danke.